In der Stadt Glas herrscht das Konglomerat uneingeschränkt. Alle einfachen Bürger wurden zu bereitwilligen Sklaven gemacht, verlockt zu einem endlosen Streben nach Status und Wohlstand. Einige jedoch entschieden sich für ein Leben außerhalb des Grid. Runner arbeiten als Kuriere und Fassadenkletterer, die Dächer gehören ihnen, und solange sie die Ubrigkeit nicht offen herausfordern, sieht das Konglomerat über ihre Aktionen hinweg. Fast zwei Jahrzehnte lang blieb der Status Quo erhalten. Aber nicht mehr lange. Wir wohnen mit dir, sofort! Faith, ich hab Angst! Ich laufe für Sie, Dogen, aber Noah darf nichts davon erfahren. Du schuldest mir eine Menge Geld, Faith. Ich erwarte, dass du dein Versprechen einhältst. Faith! Kate! Wo seid ihr? Jeder neue Tag birgt eine Chance. Sie können die Vergangenheit oder Nutzen, um sich selbst und ihre Karriere voranzubringen. Als zukünftiger Mitarbeiter eines Unternehmens Ihrer Wahl sind Ihre Möglichkeiten grenzenlos. Nutzen Sie ihr Potenzial. Der Schlüssel zum Erfolg sind harte Arbeit und unermüdlicher Einsatz. Als Mitarbeiter wird von Ihnen erwartet, dass Sie Ihre Talente einbringen. Letzter Tag, hm? Ich dachte, du bleibst für immer hier, Zecke. Arbeit wird belohnt. Oder hättest du gern nochmal drei Monate? Es wäre so einfach. Persönliche Freiheit hat ihren Platz. Na los, gehen wir. Der Tag ist noch lang. Unsere Gesellschaft erwartet, dass jeder Mitarbeiter etwas zum Erfolg seines Unternehmens beiträgt. Zwölf Monate Haft, sowie weitere neun Monate für verschiedene Fälle von Insubordination. Freilassung unter diversen Auflagen bewilligt. Also, wenn es nach mir ginge... Wir setzen Ihnen mehr Sicherheit. Achtet auf Regenreichern unserer Mitte. Sie müssen sich unverzüglich eine Anstellung suchen und werden ständig via Grid Link überwacht. Sollten Sie nach 14 Tagen noch ohne gültige Anstellung sein, werden Sie in einer Einrichtung in den Greylands überstellt. Verstehen Sie diese Auflagen? Lasst mich einfach hier raus. Harte Arbeit zeigt sich aus. Die Umkleide ist links, Zecke. Dogen lässt dich grüßen. Genieß deine Freiheit. Hallo und recht herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde, an dieser Stelle. Mein Name ist Sirius und das ist ein Let's Play von Mirror's Edge Katalyst. Erinnert so ein bisschen an Half-Life, oder? Gehen Sie weiter. Hebt die Cola-Dose auf. Ganz lustig, dass zwischendurch Uncharted 4 ein Update erfahren hat. Dadurch wisst ihr, dass wir das Ganze auf der Playstation 4 aktuell noch spielen. Ah, da kommen schon ihre Hände, wenn wir schneller laufen. Gesetzestreue Bürgerin, ich habe eine Trophäe erhalten. Für was? Für, ich habe das Gefängnis verlassen. Vermutlich geht's da hinaus. In den Fooddome 4. Oh, wir fliegen direkt, wie praktisch. Nachricht, die Spielinstallation ist abgeschlossen. Dankeschön, möchtest du das Spiel neu starten? Oder möchtest du die vorhandene Speicherteile überschreiben und fortfahren? Nö, dann mach ruhig mal so. Äh, ja, möchte ich annehmen, danke. Das könnte jeder behaupten. Du musst mir einfach vertrauen. Hier, nimm das. Ich will von der Straße runter. Ein Blink, aber... Blick es an. Es muss vernetzt und kalibriert werden. Noah brennt darauf, mit dir zu sprechen. Was zum Teufel? Komm schon, wir müssen weiter. Wow. Ein bisschen viele Infos auf einmal vielleicht für uns? Lebensfreude, die wir nicht haben, belassen Sie sich von... Bei Elysium stehen Sie... Wenn Sie es einmal probiert haben, werden Sie nie wieder etwas anderes... Seien Sie... Oh, das hätte ich fast vergessen. Dein Grid-Link muss er... Es verursacht die Interferenz in mir, Alter. Das sehen die Mitarbeiter ständig? Ja, du bist wohl nicht geläutert genug, um es zu genießen. Ich bin gar nicht geläutert. So, jetzt werden wir einmal ganz kurz in die Optionen gehen. Denn, upser, Playstation-Menü will kommen. Denn ich spiele invertiert. Entschuldigung dafür an dieser Stelle. Das Ganze spiele ich jetzt aktuell auf der Playstation 4. Ist vermutlich auch ein Spiel, was auf dem PC interessant sein wird. Ich habe jetzt aber fürs Let's Play erst mal die Playstation 4-Version bevorzugt, weil man hier einfach ein ganz klein bisschen früher loslegen konnte. Generell ist mir beim Vorgänger von Catalyst einfach immer schlecht geworden. Ich bin mal gespannt, ob ich diesmal hier auch unter Motion Sickness leiden werde. Ja, möchte ich. Danke schön. Weiter geht's. Wo muss ich hin? Ich habe ihr das Speedlink gegeben. Man sieht nicht mehr im Grid. Fels, bist du da? Ja. Es ist schön, seine Stimme zu hören, aber du musst weiter. Wir müssen Kase-Fake von deiner Spur abbringen. Es ist leichter gesagt als getan, Noah. Sie sind offenbar wild entschlossen, Fade aufzuspüren. Darauf sind wir vorbereitet. Ich hätte rutschen sollen. Du musst bis bald zu einem alten Lagerhaus kommen. Sobald du drin bist, sehen wir weiter. Ähm, ja. Okay. 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 Klasse, leichter Nackarm. Ja, wir haben die Koffer. Nein, das ging ich hin. Gib auf! Oh, das habe ich jetzt nicht so schlecht gemacht, oder? Sah jedenfalls gut aus. Okay, ich bin drin. Vielleicht kann jemand sagen, was zum Teufel hier vorgeht. Der berühmte Sirius so gut ist, wie alle behaupten. Ja, schafft sie das. Ja, okay. Na, bisher läuft doch. Ich habe eine Großfahndung nach Phoenix Carpenter ausgerufen. Weiblich, jung, Gesichtstattoo. Wir sind so ein bisschen hartnäckiger, als ich erwartet hatte. Phoenix Carpenter? Ja, Dogen hatte sie mit einem gefälschten Rhythm. Oh, Runt kann man knifflig sein. Wenn man sie lange nicht gemacht hat. Aber das liegt nicht mit der Zeit. Dein VTOL ist gerade eingetroffen. Ich schätze, K-Segg meint es ernst. Lauf einfach weiter. Ach, Facke. So, wie ihr seht, ist es ein First-Person-Spiel. So eine Art Parcours-Spiel, wo es die ganze Zeit darum geht, zu fliehen, zu rennen, zu laufen, zu springen, zu rutschen. Und ich weiß, dass mir beim Vorgänger, also wirklich, dann mal ganz gerne schlecht geworden ist. Wow. Nee, wir bleiben nicht stehen. Entschuldigung. Ja, es ist im Moment bestimmt alles andere als leichter, normaler Mitarbeiter zu sein. Ich habe einer schon mitgebracht mit Ihnen. Sie haben sich vor langer Zeit für dieses Leben entschieden, Icarus. Aufs Maul, Junge. Oh, Entschuldigung. Jetzt können ja Kinder zugucken. Da wollte einfach nichts aus dem Weg gehen. Und jetzt wissen sie, dass du hier warst. Ich hatte keine Wahl. Klar, wir müssen hier weg. Nimm besser einen anderen Weg zum Everdine Tower. Wir trennen uns wieder. Lenken sie ab. Schaffst du es bis rüber zu diesen Rohren? Klar doch. Gut. Dein Beat Link sollte inzwischen kalibriert und deine Runner Vision aktiv sein. Folg einfach dem Rohr. Wir treffen uns dann beim Tower. Gehen wir. Okay. Im ersten Part wird das ganze Spiel noch wirklich sehr minimalistisch gehalten von der Grafik. Runner Vision. Die Kalibrierung deines Beat Displays ist abgeschlossen. Drücke den rechten Stick und meine Runner Vision ist... Okay. Sonst habt ihr keine Probleme, Leute. Deine Macht ein. Deine Macht ein. Deine Macht ein. Deine Macht ein. Wow. Nein. Okay. Das war der erste Absturz. Ich hoffe, es gibt keinen Todes-Counter. Bitte zählen sie nicht mit. Wie oft ich abgestürzt und gestorben bin. Das könnte ein bisschen häufiger vorkommen. Ich habe ja immer ein ganz kleines bisschen Problem mit dem Playstation-Pad, wie der ein oder andere von euch ja vielleicht schon bei dem einen oder anderen Gameplay auch mitbekommen hat. Aber ich gebe mir sehr viel Mühe. So. Das Ganze... Ach nee. Wieder von hier. Okay. Wow. Das war wirklich weit. So sieht's aus. Noah, ich lasse Sie einen anderen Weg zum Tower nehmen. K-Stack hat die Kreuzung abgeriegelt. Das ist schön. Hitman wurde auch aktualisiert. Könnt ihr sehen? Super für so ein Let's Play. Danke, Playstation. Du bist auf dem Weg zu einem Büro-Gebäude, das sich gerade im Bau befindet. Du musst es ein guter Ort, um sie abzuschütteln. Aufs Maul, Junge. Nein! Oh. Ich setze hier gleich mal tödliche Gewalt ein, meine Freunde. Wenn es weiter mit dem Laufen hier nicht klappt. Was? What? K-Stack hat gerade einige Einheiten im Everdine Tower abgesetzt. Verdammt. Okay, wir kriegen das hin. Lauf zum Arrive, Beidefels. Das ist ganz in der Nähe. Icarus, du triffst dich dort mit hier. Es ist unterwegs. Ich bin jetzt beim Orion-Gebäude. Gut. Sieh zu, dass du auch dort hinkommst. Nur balancieren, meine Freunde. Ich glaube, ich habe sie abgeschüttelt. Ja, hast du. Zumindest vorerst. Es scheint, bist du in den zwei Jahren im Knast sogar noch besser geworden. Sieh jetzt zu, dass du das Orion-Gebäude erreichst. Ich bin da. Zumindest bist du vor Sonnenaufgang hier. Wer bist du eigentlich? Seit wann gehörst du zur Kabale? Seit etwa einem Jahr. Ich bin in hier aufgewachsen. Also hör auf, mir blöd zu kommen. Du wurdest geschnappt. Und du hast nur eine Menge Sorgen bereitet. Du weißt nicht, was passiert ist. Ich weiß genug. Und ich weiß, ich bin schneller und vorsichtiger als du. Faith, bist du schon bei Orion? Bin ich. Gemeinsam mit dem Neuen und seinem riesigen Ego. Schluss damit, alle beide. Uns gehen die Optionen aus. Der einzige Weg führt durch den Avedine Tower. Und da Kassel dort ist, müsst ihr kämpfen. Icarus, lad die Kampfmod auf Fake Speedlink. Okay, erledigt. Earth, Faith nutzt die Mord, um deine Kampffähigkeiten aufzufischen. Ich hab' gehofft, es wäre nicht nötig, aber wir haben wohl keine Wahl. Keine Sorge, Noah. Ich schaff' das schon. Weiß ich doch. So, ab jetzt geht's weiter mit dem Kampf-Echo-Mod. Also vermutlich werden wir uns in den nächsten Folgen ein bisschen rumprügeln. Das war der erste Part vom neuen Mirror's Edge. Ich hoffe, es hat euch ein ganz klein bisschen gefallen. Falls ja, gerne Daumen hoch. Ich nehme jetzt direkt im Anschluss den zweiten auf. Haut rein. Bis zum nächsten Mal.